herzlich willkommen meine damen und herren und meine kleinen abis und meine kleinen likey boys ich wünsche euch herzlich willkommen in der dunklen ebenen von monster hunter viele grüße von euren bds wieder und also ne ihr wisst schon leute so ne donkey kong und bowser und so wie der beck am schlüssel und hat am spritzen sowie und jene war in der weiteren folge von monster hunter ihr habt richtig gehört sechste folge monster hunter ja sechste jetzt aber von die fünfte gemacht oder nicht ich habe keine ahnung werden wir sehen auf jeden fall herzlich willkommen auch von meiner seite aus der liebe bose hat heute mal wieder ein bisschen zu wenig nikotin in seiner lange ja wir haben heute die mission er jage einen poké poké und ja wir sind mal gespannt was auf uns zukommt wie bei den letzten videos schon angedeutet es wird jetzt eine sehr 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 lange reihe wir werden das jetzt auch wie gesagt handhaben mit episoden ich denke mal 30 videos dann ist die erste episode vorbei kommt die zweite episode und ja mal gucken wie weit wir da kommen war es uns doch schönes erwarten wird mit boni level der kommen ja noch die sämtliche dlcs und so weiter also bin ich mal gespannt wir wünschen euch jetzt viel spaß und ich würde sagen wir schnappern nicht mehr lange legen jetzt einfach direkt mal los oder ja ja komm dann lass uns mal den großen rex ranholen komm lass uns ja 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 so immer gleich holen du hast voll den cheater bonus alter verpiss dich doch ich wie runter meine ich bin runter mal nicht hoch dort geht doch der wollte gerade nicht runter weil mir das war richtig schrecklich jetzt komisch bis dahin ist man will nicht kommen ja ja bleib denn denn kommen komm donkey du machst hat wieder du rufst du noch wieder ran na ja so wie immer fußspuren da ich sehe ich habe ich habe die richtung gesammelte mut und etwas elan wurde in den arsch hat mich voll erwischt aber aber er ist auf jeden fall zu schauen dann auf dem weg aber jetzt hatte ich mit gezinkt noch mal kurz den tragen nehmen wollen die schnauze ich muss gegen mitnehmen da verkrümelt er sich das war mir so was ich habe noch karten trank genommen an leder umsetzt der luft komm runter du feigling sylvester knaller im arsch oder schon genommen was packt was packt was zurecht so schneller saufen aber richtig hier gibt es auch in verdammte scheiße er liegt macht das jetzt schnell ja 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 mit aufm weg da ich mich schon wieder entgegen gibt es im mittel kurzen medizin der hat es aber auch heute aber auch wie jeden guck dir mal sehr lang schlappelatz an jeder der liebt es zu lutschen wortwörtlich wie er abhaut guck ihn dir an wie er wieder oben abhaut ja wo will er hin ja keine ahnung stopp da war ein hinweis naja ich nehme jeden hinweis mit nehme auch direkt mit uns ziemlich sagen kann wo die hinlaufen weißt so der eine ist komplett aufgenommen so der zweite ist auch komplett der große jahr der ist auch noch hier auf den können wir uns auch noch mal eine runde freuen naja wir schärfen hier so erst mal wieder neu fliege mann in die große fliege will sie mir einfangen lassen ich habe ihn jetzt natürlich hast du ihn nicht wieder auf den kicker du kleine rechser er verschießt aus seinem hintern wo die große jatra nein ich bin zu den rum ich dachte du bist bei mir ja du bist schon wieder vorgerannt 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 ich bin nur den spuren gefolgt du warst eigentlich hinter mir direkt äh nö boah kein Ausdruck mehr ich weiß jetzt wo du bist ich weiß jetzt wo du bist ich bin hoffentlich noch richtig vor meiner Ausdruck schon wieder leer ist ja ich werde ich jetzt ich werde ich jetzt du hörst mich setzen das ist sehr schön das wäre cool wenn du dich auch hier bewegt was machst du mit dem alter wird der wer so hoch springt er will mich grabben ich wollte ihn übel aufs mal geben das war wohl den satz von hinten die greifen sich gegenseitig an oder 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 warte mal ne nicht mehr oh das war ein schönes der knall auf dem ursch naja voller neben ey wir sind irgendwie auf höheren ebenen kommen beschärft zack spiel ist nichts für schwache nerven ich sag's euch jungs wo bist du du bist du hier war es weiter jetzt haben wir kleine fliegen das ist auch sein ernst jetzt ne genau wegen sowas bin ich meistens alleine am fighten weil er nicht bescheid sagt dass er irgendwelche komischen kleinen fliegen einfängt wir müssen aufpassen hier hinten geht eine spur lang hier von dem großen dicken von den großen dicken da ist der scheiß wie da ist es warum er jetzt attacke voll im arsch wie der silveste knalle und jetzt in die fresse oder noch mal benutzen in der hinter er hat mich gezüngelt zum kurs mit der aber was für ein zirkus warum hat er denn so roten kopf jetzt weil er sauer ist muss sagen aber wir müssen sie da lassen er kommt anfang von der witzig doch er wird er denn jetzt alle ja das hat geknallt ne das denkt ja auch gerade so da kommt er auf seine seine materie er gibt mir einen headshot er spielt mit fußball scheiße hast du einen knochen geworfen und nein das war mein schnurri jetzt attacke er ist wieder gar nicht mehr haben wo entweder schon wieder abheben kommen runter er will nicht er will nicht er will nicht er hat keinen bock mehr dann zählt man ihn er zählt man ihn ihn halt eine beste knalle nach dem anderen würde ich sagen ne so wie jetzt attacke ja ich wollte ich gar nicht scheiß bis einfach mal weg ich bin vergiftet alter muss nur kurzen tragen ich auch gehen musste mega trank let's rock es schlürft mal jemand anders mal ja jetzt kommt er mir so oder was und er zählt ab er zieht sich ab woher willst du steck kapsel ist das ein ernst man was ist denn das für ein freudige geht viel bei jeder kleinigkeit immer abhauen ich komme hier ist der schwanz von ihm haben wir den abgehauen also habe ich den abgehauen mit dem samurai oder was könnte gut möglich sein speziell reichwert oder was dann habe ich ja sagen reichwert boogie boogie schwarz so was mit der adress ja gerade sie suchen ich habe in den toten scharfe klauen ja krass ich kann nicht gesehen ich glaube ich habe ihn aber weißt du wen ich weißt du wen ich aber vermisse irgendwie wen vermisse unser besten freund ach rauf den habe ich nicht so vermisst hallo wie geht es dir da müssen wir weiter gehe weiter ich muss an dir vorbei jetzt gehe ich schon hat er mich jetzt im visier hat er mich im visier deswegen nutze ich zum beispiel auch immer schön fleißig die wände ich bin da wo es sicher ist oben du bist so ein feiger hund ne das ist mich hier vorrennen wie so ein ja jetzt ist wieder zu hoch jeder doch kleiner 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 schlingel jetzt haben wir dich hier kommen oh man komm unter Sherlock oder wie du heisst ist er überhaupt muss ich jetzt ehrlich da rein ich will nicht ich will nicht was ist das los mit dir ja ins nest ins nest oder was genau ich bin hingefallen bei ausdauerschwäche Alter Alter komm jetzt komm jetzt ey ich guck mal Sam weil du wieder zu langsam bist Sam ach kack der gerade gift der ölt sich ein selber ein ich häng fest man ich häng nie fest du hässige kacknacken was ist los bei dir ich bin ohnmächtig geworden ja weht schon kann ich dich wieder heilen ne ne nein nein du verlierst die gesundheit und dann wirst du ins lager gebracht ins nächste und dann lebst du ganz normal wieder du kannst keinen wiederbeleben oder so schade eigentlich ich bin aufm weg wo ist das ne vitalitätskapsel her damit ich muss den Saft trinken Alter du bist wirklich dead on my way on my way so waffen sind geschärft jetzt komm hier komm hier zack 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 ey das kann doch nicht sein dass der so viel schluckt Alter das ist doch ah nochmal und jetzt ist wieder Zeit time for the breakers wir wieder abhaut man ich kriegst du das kotzen mit diesem wie sie hier kommt runter ich komme nicht fertig noch da oben er müsste eigentlich auch mal langsam er kann nicht mehr er kann nicht mehr wie wieso kann er jetzt jetzt nach oben ist da oben gelandet schnell hoch da aber zacki lass mal gegen gift betracht saft nehmen schade es funktioniert nicht ich wollte runter mit meinem schwert in sein gesicht ja ja wir haben ihn geknackt man so leute so seht ihr mal wie das ordentlich geht alter ein bauser geht nicht drauf aber ein donkey kong muss mindestens einmal krepieren tja ich sag da zunächst ja mal guck mal bestehen ey was bockst du mich lass mich die minuten lass ihn mir die haut vom leih beziehen naja irgendwie hab ich ja bock den rex nochmal zu klatschen irgendwie ne also irgendwie guck mal alter das soll man screenshot werden man unsichtbar ich bin mit dem tier vereint pukkei pukkei schuppe so leute das war nice das war richtig nice wir haben jetzt noch 10 sekunden mal gucken was wir gucken jetzt nochmal zusammen was wir so schönes bekommen Knochen 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 wir brauchen alte Knochen und dann ist dieses video heute auch oh schade quest erfüllt 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 what the fuck is erfüllt so jetzt gucken wir nochmal guck mal wir haben jetzt sogar ein paar boni sachen bekommen was ich sehr gut finde was ich auch sehr feiern ich hab nur zwei boni sachen jetzt bekommen aber das reicht mir auch mehr und mehr zufrieden so unser paliko ist stufe 5 zack so ja man ja an der stelle dankeschön wieder fürs einschalten Leute danke dass ihr so mit gefiebert habt und dabei wart und wir würden sagen dann bis zum nächsten video ich bin hier auf jeden fall schon raus euer donkey und bose möchte wahrscheinlich auch nochmal was sagen ja ich bedanke mich fürs zuschauen ich bedanke mich für die likes ich bedanke mich für die abonnenten und vergesst nicht schaut bei uns beiden vorbei bis demnächst ciao 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 bis 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 Vielen Dank.